So, das wäre also mein erstes Rückblickvideo. Ähm, ja, das wäre eben das Ziel, dass ich so ein wenig sagen werde, was besonderes gelaufen ist diese Woche. Und dann gehe ich einfach, unabhängig von dem Tag, gehe ich da durch. Also zum Beispiel bin ich diese Woche ein paar Leuten begegnet, die so ein zweiräderiges Elektromobil gehabt haben und mit dem haben wir duschen können. Sie durften das Einradfahren und ich ihr Ding. Und das ist noch cool gewesen. Sie haben einfach ein wenig zu viel Geld für ihr rausgegeben. Ja. Und der wäre da. Der ist äh, lässig gewesen. Und äh, dann haben wir noch Neuroinformatik gehabt und das ist cool gewesen. Ähm, der Prof hat so eine Nadel sich in den Handballen eingedrückt und hat dann gemessen die Ströme, die Ströme der Nerven halt. Und hat dann verstärkt mit einem Lautsprecher und dann hat man akustisch gehört, wenn die Nerven etwas gesagt haben. Also wenn er die Muskeln bewegt hat. Dann äh, hat man das gehört und das ist ziemlich cool gewesen. Und dann haben wir noch, ja, nichts nachher. Und diese Woche habe ich auch noch das Buchzimmer überarbeitet. Und ich habe gemerkt, dass ein paar Sachen, die ja noch unhausgereift formuliert sind. Äh, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt noch ein paar Sachen drüber geschrieben. Und, äh, es ruht langsam mit einem deutschen Niveau an, wo ich, wo ich zufrieden werden kann. Ähm, und dann rennen langsam, bei mit einer Halbstunde am Morgen irgendwie, werde ich mich müde. Und, darum renne ich jetzt immer auf den Hügel schauen. Wenn ich mich nicht rennen, dann werde ich immer müde. Aber ich muss schon ziemlich Gas geben, dass ich mich immer noch eine Halbstunde ausgebaut bin. Und jetzt reicht es noch. Mal schauen, was ich mache, wenn ich, wenn es auch nicht mehr reicht. Und, ja, in den anderen Fächern haben wir noch, wie zum Beispiel EPC, haben wir Linear Programming gehabt. Mit dem, das ist ein Fach, also ein Gebiet, da lernt man das Lösen von, von so Problemen, Maximierungsproblemen. Also man schaut, man gibt eine gewisse Anzahl von Regeln. Und dann innerhalb von diesen Regeln muss man das Optimum finden. Zum Beispiel eine Regeln wäre, zum Beispiel Ernährung wäre so ein typisches lineares Programmieren-Problem. Man hat Regeln, also es hat nicht viel mit Programmieren zu tun. Es hat einfach, da kommt aus dem Militär, Militär heisst Programmieren, Planen, Programme erstellen. Und, äh, eben Ernährung wäre so heisst, da wäre die Regeln wie mindestens so und so viel Kalzium, mindestens so und so viel Vitamine, mindestens so viel Kalorien, mindestens so. Und vielleicht auch noch maximal Regeln. Und dann möchte man das haben und man weiss ein paar Ordnerungsmittel, die haben sonst so viel von denen drin. Und dann möchte man, dass man möglichst günstiger noch in diesen Regeln drin ist. Das ist die typische lineares Programmieren-Aufgabe. Und wir haben gelernt, dass man da effizient lösen kann, äh, effizient lösen kann, diese Probleme. Also gelernt. Jetzt hat sie es einfach gesagt, im nächsten, das ist jetzt die letzte Vorlesung von der Professorin, und dann gestochen haben wir dann, äh, von, äh, Herr Wölzl, würde dann da einführen, wie die, äh, lösungsfindigen Algorithmen gehen für die Probleme. Das interessiert mich sehr, weil, äh, sehr vieles im Leben kann man auf linearen Programmen, äh, äh, ja so aufstellen, die Probleme und dann halt auch lösen mit den Algorithmen. Nachher bei Visual Computing haben wir auch als letzte, letzte Vorlesung von dem Prof gehabt, von Polyfey. Und, äh, hat dann noch ein wenig Ausblick gemacht, ein Zeug, das ich ja gerade forschte. Und, da ist irgendwie schon noch cool. Vieles haben wir schon gesehen. In der Echtzeit 3D animieren, also 3D scannen und Modelle erstellen, also den hat er schon am Anfang gezeigt. Und jetzt nochmal. Machen wir immer. Und, äh, ja das ist schon interessant gewesen, aber eben haben wir schon mal gesehen. Und dann hat er noch eine Echtzeit-Flüssigkeitsanimation gezeigt. Also so Flüssigkeiten, zum Beispiel wenn man ein Games spielt, die Flüssigkeiten sind immer schlecht. Oder sie sehen nie aus wie Flüssigkeiten. Und sie haben jetzt, äh, mit ihren Lernaugorithmen, haben sie, äh, eine Möglichkeit gefunden, zum, da, keine Echtzeit, also, in jedem Game, äh, berechnen und dann darstellen. Die Oberfläche haben sie noch nicht in Echtzeit. Die mussten nicht nachgeändert werden. Und das bruchte Zeit. Aber jetzt mal Teile, die Physik für die Teile, da haben sie Echtzeit simulieren. Und da ist schon ziemlich beeindruckend. Wenn man etwas daraus kommt, ein WGMS sind ja bis jetzt einfach Flächen mit einer lustig, sich lustig verhaltenen Oberfläche. Aber es kann nicht wirklich flüssen oder so, das sind immer fahrgene Sachen, die flüssig genauso wie sie es dann sagen sollen. Aber nichts wird simuliert oder so. Das ist wie ein Echt. Ja, da wären so die, äh, coole Sachen die Woche gewesen. Jetzt starte das Wochenende. Und mal schauen, was morgen wird. Und das ist, wenn wir das WGMS fahren, das ist, wenn man ja nicht mehr hilft, wo wir wir´wagern. Und dann auch immer dann wieder in einem Moment. Wir werden dann mal vowstet ihr uns wieder zu sehen. Anwärts und wüschmeHAHA-bericht, und dann wird das WGMS gesamt sein. Und dann wird das WG, dann verraten wir das, was wir verpasst. Und dann wird die Wahlk correspond anwärtschern рублей, jetzt ist das WGMS. Vielen Dank.